Ob da jemand rausgekommen ist? Wir können jetzt nichts für Sie tun. 295 Grad halten. 300 Meter bis zum Treffpunkt. Metal-01 haben wir euch auf dem Schirm. Verstanden. Er hat uns Treffpunkt. Das Zielteam sollte da vorne sein. Ich sehe Sie. Das U-Boot bewegt sich. Wir haben nicht viel Zeit. Verstanden. Wir folgen. Sonar im Auge behalten. Die Russen legen Mine. Frost, Augen auf das Sonar. Mine, ruhig halten. Recht, recht. Noch eine Mine. Sicher. Motor aus. Ziel los. Ziel nähert sich. Oskar 2, 8 Uhr. Bedeutung. Bereits. Wartet, bis es vorbei ist. Okay, los. In Position gehen. Platziere Mine. Platziere Mine. Frost, pack die Mine an Zuh-Boot. Minen scharf. Abstand halten. Gut gemacht. Wir bereiten Evakuierung vor. Schönen wir die Mine. Drückt drauf. Overlord, 4-Metal-01. U-Boot taucht auf. Beginnen Angriff. Verstanden, 0-1. Weiter mit Primärziel. Wir müssen wieder zurück zur Kontrolle bekommen. Position halten. Luki geht auf. Alter, kommt aus der Luki. Anruhe. Geh sicher. Unter. Ziel für Sicherheit. Wir bleiben oben. Okay, gut. Zeitung und sicher. Alle Ziele sind feindlich. Treffen uns unten. Das war's für heute. Wir müssen weg, schnell! Wir müssen zur Brüte! Die Tür ab! Okay, Sprengladung an der Tür ab! Die Tür ab! Bereich sicher! Okay, ich hab die Startcode! Overlord, hier Metal 01. Schicke Chatpoint Neptune. Over. Verstanden 01. Verstetige Neptune. Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startkurs zu. Koordinaten folgen. Tango, Whisky, 0, 5, 6, 6, 2, 8. Koordinaten bestätigt. Feuer auf russische Flotte in 30 Sekunden. Frost, an die Konsole. 2, 2, 1, drehen. Overlord, Raketen bereit und abgefeuert. Verstanden. Zielteam in Evakuierungsposition. Los, los. Frost, los geht's. Frost, die Gutsche. Raketenabschluss. Leid an den Wunschrader. Geht los. Achtung, Raketen. Weiter, Frost. Schieß auf die Meinen! Schieß auf die Tore! Schieß auf die Tore! Metal 01, wir haben aufgesetzt! Auerlock, Mission erfolgreich! Alle Igrisse in Sicherheit! Verstanden Metal 01! Grafetangriff auf mehrere russische Ziele wird nicht bestätigt! Alle Kuhärzüge neutralisieren! Gut gemacht! Das war ausgezeichnet! Schönen Tag, Overlord! An alle Verbündeten Einheiten! Wir sind nicht mehr in der Defensive! Ich wiederhole, sammeln und angreifen! Hier ist ODA Foxtrot! Die Russen brechen den Angriff ab! Wir schlagen sie in die Flucht! Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarovs Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Preis, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach! Soap schafft es nicht ohne Versorgung! Er ist ein harter Hund, er packt das schon! Wir fassen Anrücken der Signale! Wir bekommen Besuch! Es ist Makarov, er will es hier beenden! Wer ist unser bester Mann? Juri Ex-Besnas! Der einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie! Holen Sie ihn! Sie benutzen die Kamm-Linie als Deckung und fliegen von Süden aus an! Woher wissen Sie das? Das würde ich tun! Wie viele sind das? Drei Erwoks und vier. Nein! Fünf, Emil, siebzehn! Kommando Silen, sich ab! Ein Schützenteam auf aufs Dach! Juri! Juri! Hier immer! Wir müssen Saut zum Hubschrauber bringen! Was ist das? Was ist das? Oh, 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 oh.